Vergessen wir doch unsere kleinen Differenzen und trinken wir ein Gläschen zusammen? Nein, danke. Wunderbar, nun sind Sie krank. Clarissa, wo ist denn deine hinreißende Begleitung? Du entschuldigst uns. Natürlich, deine Frau sollte sich ein wenig hinlegen. Welt. Ich weiß, dass dich deine Frau belügt. Denn das Kind, das die Gräfin von Anstetten erwartet, ist gar nicht von ihrem Mann. Caroline will dir einen Bastard unterschieben. Das Kind, das die Gräfin von Anstetten. Das Kind, das es weiß, dass dich deine Frau belügt. Und ich kann mich nicht zu erinnern, wenn ich mein Name legezu. Und du darfst nicht zu sein, dass dich dein belly anvoulst. Das ist ja wohl die unverschämteste Lüge, die ich je in meinem Leben gehört habe. Wenn du mir nicht glaubst, dann fragst du das selbst. Das brauche ich nicht. Henning, du irrst dich. Caroline hatte einen anderen. Du nutzt auch jede Gelegenheit, um einen Skandal zu provozieren. Einer muss dir doch die Wahrheit sagen. Die Wahrheit? Fallen Sie bloß nicht auf diesen Unsinn rein. Clara Prozeski hat sich das alles nur ausgedacht. Können Sie Ihre Behauptung irgendwie beweisen? Nein, natürlich kann sie das nicht. Sie will sich an unserer Familie rächen und das ist alles. Woher weiß sie das mit Caroline und Christoph? Ich habe keine Ahnung. Herr Wiener, habe ich Ihnen jemals falsche Informationen zugespielt? Gräfin, möchten Sie sich dazu äußern? Nein, das möchte sie nicht. Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Henning, ich weiß nicht, was das soll. Bitte beruhige dich. Clarissa, für dich ist das Fest beendet. Oh nein, für mich hat die Party erst richtig begonnen. Und wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch mal deine kleine Schwägerin. Ach, auf die Wahrheit, Henning. Auch wenn sie manchmal bitter schminkt. Oliver, du kennst doch Sebastian Leutner, oder? Sebastian Leutner? Nö. Der Typ sieht aus wie ein Arschloch, ist ein Arschloch. Der sich hier immer mit dieser Welle aufgehalten hat. Ach so, der mal oben in der Pension gewohnt hat. Ja, genau, der. Der ist vor einer Weile hochgegangen. Wann? Frage ihn das am besten selbst. Hey Marc, Mensch. Mensch, ist die Party schon vorbei? Was hast du jetzt zu suchen? Hey, 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 jetzt bleib doch mal ganz locker. Darf ich nicht ins No Limits gehen, wenn ich Lust dazu habe? Du warst oben. Und wen schon? Ist doch nicht verboten, oder? Du hast aber gar kein Zimmer mehr. Mensch, Marc. Das hätte ich ja total vergessen. Es gibt Dinge, die könnte ich dir zeigen, die würdest du in deinem ganzen Leben nie wieder vergessen. Ach, kein Bedarf. Und außerdem, was ich mache, geht dich einen Scheiß an. Vergiss es. So kurz vor meinem Ziel, werde ich dich nicht mehr auf den Augen lassen. Kurz vor dem Ziel, ja? Ja. Ups, 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 ups. Da bin ich mir an deiner Stelle nicht ganz so sicher. Lassen Sie meine Frau jetzt endlich in Ruhe. Was halten Sie denn grundsätzlich von Treue? Nina, bist du so lieb und bringst sie ins Schloss? Na klar, komm. Könnte ich vielleicht später noch ein Interview? Nein. Na, dann eben nicht. Na, aber vielleicht weiß ja die Schwägerin was. Christoph, warum schmeißt du Clarissa nicht einfach raus? Das sieht doch vor der Presse so aus, als wenn sie recht hat. Das ist ja also die große Wandelung der Clarissa von Anstetten. Weil sie in meinem Prozess für mich ausgesagt hat, habe ich wirklich gedacht, sie hat sich geändert. Das Interview ist beendet. Au, du tust mir weh. Ja, von Anstetten. Danke, Max. Das schaffe ich schon allein. Hast du nicht langsam genug davon, uns mit deinen Lügen in den Dreck zu ziehen? Henning, du bist so naiv. Begreif doch endlich. Caroline ist fremdgegangen. Die arme Caroline. Ihr entschuldigt mich bitte? Ja, natürlich. Frag doch einfach Isabel. Sie weiß über alles Bescheid. Ich brauche Isabel gar nichts zu fragen. Ich vertraue Caroline, weil ich sie liebe. Henning, kümmere du dich um deine Frau. Ich bringe Clarissa zu ihrem Wagen. Gut. Danke. Ich will aber noch gar nicht gehen. Aber mir reicht es jetzt langsam, weißt du. Ich dachte, das wird eine nette Party. Wenn ich gewusst hätte, wie das endet, dann wäre ich gar nicht erst mitgekommen. Also ich amüsier mich prächtig. Merkst du denn gar nicht, was du Caroline und Henning mit deinen Unterstellungen antust? Christoph, ich rate dir, ob ein Paterschaftstest du bist stehen. Oder ist es dir egal, ob euer Stammhalter ein Bastard ist? Nein, ist es nicht. Wer weiß, mit wem sich die kleine Bilderfälscherin eingelassen hat. Außer diesen Lügen fällt dir nichts weiter ein? Du darfst nach, Clarissa. Wir sollten jetzt wirklich gehen. Na gut, Party ist sowieso vorbei. Aber ich muss noch mal kurz ins Schluss. Viel Erfolg bei der Suche nach dem Vater. Christoph, du musst jetzt zu deinen Gästen sprechen und ihnen sagen, wie empört du über die Lügen von Clarissa bist. Ja, das werde ich. Verdammt! Verdammte Drecksau. Vielleicht legst du dich eine Weile hin. Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste für mich. Und für das Kind. Christian, ihr könnt schon mal den Salon aufräumen. Die Party ist vorbei. Okay? Ich bring dich nach oben, Caroline. Ja, bitte. Herr Christian, in meinen Wagen, bitte. Gerne. Mein Schatz, ich komme auch gleich. Henning, statt sie zu küssen, solltest du deine Frau aus dem Schloss werfen. Clarissa, du weißt, wo die Tür ist. Warum belügen sie ihren Mann eigentlich? Bei einem Vaterschaftstest würde doch sowieso die Wahrheit rauskommen. Clarissa! Du solltest mir dankbar sein. Deine Frau hält dich zum Nahen und du merkst rein gar nichts. Warum tun sie das? Warum wohl? Es macht dir Spaß. In Bezug auf Caroline habe ich dir immer die Wahrheit gesagt. Erinnere dich mal an das Video, das sie als Bilderfälscherin entlarvt hat. Komm. Du kannst einem wirklich leid tun, Henning. Na, Clarissa, bist du zufrieden mit dir? Aber natürlich, Charlie, es war ein ausgezeichnetes Fest. Immer wieder dein Vergnügen auf Kosten der anderen. Bist du mir immer noch böse, weil ich dir deinen Peter ausgespannt habe? Wie sagte Peter gleich noch mal, Charlie kann einen Mann nicht glücklich machen. Vielleicht soll ich dir noch mal ein paar Tipps geben? Der Wagen ist da. Ich danke dir. Da ist ja meine Nummer. Wir müssen dich nicht so zu Herzen stellen. Ach, Henning, manchmal könnte ich sie. Ach, hier bist du. Nina, ich dachte schon, das ist dieser Reporter. Wo warst du denn so plötzlich? Henning kam auf mich zu. Da bin ich lieber abgehauen. Ich kann ihm doch nicht nur offen ins Gesicht lügen. Wenn er dich zu Carolins angeblichen Lover befragt, wirst du das aber müssen. Vielleicht versucht er ja gar nicht, mich auszuquetschen. Zum Glück hofft er Clarissa die Sache nicht ab. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn Clarissa angeblich über alles Bescheid weiß, wieso hat sie denn nicht gleich gesagt, dass Christoph der Vater sein könnte? Eins steht auf jeden Fall fest. Carolin kann es Henning nicht länger verschweigen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann herauskommt. Ja. Und solange es Carolin Henning nicht selbst sagt, gehe ich hinüber aus dem Weg. Ich kann ihm nicht länger was vormachen. Ja, ich habe gewusst, dass es irgendwann Ärger geben wird. So, nun muss ich nur noch die Reporter loswerden. Ich helfe dir dabei. Gut. Was ist denn da draußen los? Die Party löst du ja schon auf. Das fragen sie noch. Ja, mich hat sogar ein Reporter gefragt, ob ich der Liebhaber von Carolin wäre. Ach, na großartig, komm schon. Dafür kannst du dich bei Clarissa bedanken. Ich könnte ihr den Hals umdrehen. Egal wie oft wir dementieren, die Leute werden sich noch in fünf Jahren fragen, ob ich wirklich der Vater bin. Es tut mir so leid. Du kannst doch nichts dafür. Da freuen wir uns so auf unser Kind. Und dann das. Am besten, wir vergessen ihren Auftritt einfach. Wir beide wissen, dass sie lügt. Und was die anderen denken, kann uns egal sein. Ja? Oh, entschuldigt bitte. Die Reporter wollen erst gehen, wenn du ein Statement abgegeben hast. Wie bitte? Die spinnen wohl. Ich lasse mir doch von denen nicht sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Es ist doch wohl schlimm genug, dass unser Fest in einem Skandal endet, oder? Wenn ich die Reporter vom Hof jage, gibt es den nächsten Skandal. Ja, du hast recht. In Zukunft wäre eine gute Presse wichtig, ne? Mhm. Kommst du allein, klar? Ja. Genau. Bis gleich. Kümmerst du dich um Carolin? Natürlich. Danke. Wie zum Teufel hat sie das rausgekriegt? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wir können Henning nicht länger anlügen. Wir müssen ihm alles erzählen, bevor sie es tut. Klarissa kennt nur die halbe Wahrheit. Da bin ich ganz sicher. Sag mal, du kannst doch Carolin von Anstetten nicht derart losstellen. Sie und ihre Sippe haben umgekehrt damit ja auch kein Problem. Aber deswegen musste ich doch nicht mit denen auf eine Stufe stellen. Willst du was trinken? Nein, danke. Ja, du hast ja recht. Aber ich konnte den armen Henning doch nicht so im Unklaren lassen. Um den hast du ja sonst auch keine Sorgen gemacht. Wie auch immer. Er ist wie ein Sohn für mich gewesen. Clarissa, mach mir doch nichts vor. Dir ging es aber nicht um Henning. Du wolltest dich möglichst eindrucksvoll für den aberkannten Titel rächen. Wenn schon. Das ist billig. Ich spiele jetzt hier nicht den Moralapostel. Als ob du noch nie Rachegelüste gehabt hättest. Also fang jetzt bitte nicht mit meinem Vater an. Ja, das Thema ist durch. Das regt dich doch nicht so auf. Meine Güte. Es tut mir leid. Jetzt warte doch mal. Zum letzten Mal, Herr Wiemann. Clarissa hat diese Geschichte frei erfunden. Aber sowas erfindet man doch nicht einfach so. Sie schon. Was sagt denn eigentlich Ihre Schwägerin dazu? Was hat denn Isabel Mohr mit der Sache zu tun? Langsam werden Sie unverschämt. Entschuldigen Sie bitte. Wir wollten uns verabschieden. Ja, kommt gut nach Hause. Dankeschön. Und vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Ich habe Isabel Mohr beobachtet. Die Behauptung der ehemaligen Gräfin schien sie nicht zu überraschen, aber sie wirkte sehr verstört. Zeigen Sie mir einen Menschen, den dieser Auftritt nicht verstört hat. Ja, das ist aber nicht der Grund. Ich glaube, Frau Mohr weiß wirklich mehr, als sie zugeben will. An Ihnen ist ein guter Dorfpolizist verloren gegangen. Danke. Ich wollte Frau Mohr ja dazu befragen, aber sie ist ja regelrecht von mir geflohen. Wofür ich vollstes Verständnis habe. Sie können dann wirklich den letzten Nerv rauben. Das ist mein Job. Herr Dima, Ihr Fotograf wartet bereits auf Sie im Auto. Danke. Bitte. Sie hören von mir? Ja, das habe ich befürchtet. Graf von Anstetten, meiner Herrschaften. Auf Wiedersehen. Die anderen Journalisten sind auch schon im Aufbruch. Gott sei Dank. Es war wie eine Heuschreckenplage. Vielen Dank für eure Hilfe. Gern geschehen. Eins muss man Clarissa lassen. Sie kann überzeugend lügen. Alle Pressefurtzis haben es geglaubt. Für die ist das doch ein gefundenes Fressen. Ja, leider nicht. Sag mal, Nina. Hast du Isabel irgendwo gesehen? Nein. Wieso? Gibt es doch was Wichtiges? Das weiß ich noch nicht. Und, und wenn Clarissa sich nur zurückgehalten hat, um uns in Sicherheit zu wiegen? Wenn Clarissa das gewusst hätte, dann hätte sie es der Presse gesagt. Es ist schon schlimm genug. Aber wenn Henning jetzt die ganze Wahrheit erfahren hätte, dann wäre die Katastrophe perfekt gewesen für uns alle. Und jetzt? Ich meine, was soll ich tun? Henning glaubt Clarissa kein Wort. Bitte, Christoph. Es ist endlich an der Zeit, Henning die Wahrheit zu sagen. Das geht nicht. Als er mir gesagt hat, dass ich ihn nie betrügen könnte, der ist mir fast schlecht geworden. Weißt du, was du riskierst, wenn du ihm jetzt die Wahrheit zumutest? Ja. Weißt du auch, was du ihm damit antust? Mhm. Also, Henning darf nie die Wahrheit erfahren. Das ist besser für ihn. Für uns alle. Du hast ja recht, aber ich... Herein. Hallo. Ich wollte euch nur sagen, die Presseleute sind alle weg. Na. Na, endlich. Zur nächsten Party werde ich die Journale wohl nicht wieder einladen. Und? Hast du dich ein bisschen ausgeruht? Mhm. Geht schon wieder. Christoph hat sich ja auch rührend um dich gekümmert, hm? Wie meinst du das? Caroline, du solltest ihr keine Gedanken machen. Es wird Clarissa nicht gelingen, deine Ehe zu zerstören. Lenning hat zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass du ihm immer treu warst. Sag mal, hast du die Polizei benachrichtigt? Nein, das bringt doch auch nichts. Ich will Sebastian nicht wegen Diebstahls von Fotos drankriegen, sondern wegen des Einbruchs auf Friedenau. Ja, aber dass er die Fotos und die Negative geklaut hat, das muss er auch der Polizei beweisen, dass der Typ einiges zu verbergen hat. Und Isabel wird auch endlich kapieren, dass der Typ nicht ganz koscher ist. Sebastian wird sich wieder bei ihr rausreden. Das hat er bis jetzt immer geschafft. Dann brauchst du was richtig Handfestes gegen ihn. Eben. Ich brauche stichfeste Beweise für seine miesen Geschäfte. Vorher wird mir niemand glauben, dass er wirklich ein Betrüger ist. Zu schade nur, dass Sebastian jetzt die Fotos hat. Das macht aber nichts. Ich habe schon einen neuen Plan. Ja, und der wäre? Ganz einfach. Seitdem Sebastian weiß, dass ich ihm nachspioniere, wird er nervös. Wenn ich ihn jetzt provoziere, wird er den entscheidenden Fehler machen. Okay. Ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich melde mich dann bei dir, okay? Ich muss nochmal zu Carolin. Dann pass auf dich auf. Bei so Typen weiß man nie. Was soll mir schon passieren? Ah, Christiane. Ist Frau von Anstetten noch zu sprechen? Das tut mir leid. Sie ist jetzt leider nicht zu sprechen. Okay. Wären Sie so lieb, ihr auszurichten, dass ich mich bei ihr melde? Mache ich, Herr Rudolph. Danke. Schau, Marc. Ach, schau mal eine an. Sekunde. Es war wirklich clever, die Fotos von dir und Knoll zu klauen. Aber ich habe nach mir Beweise gegen dich. Aha. War es das? Die Attacke auf Christoph von Anstetten kann man als versuchten Mord auslegen. Dazu kommt schwerer Einbruch. Das macht nach Adam Riese mindestens zehn Jahre Knast. Zum letzten Mal. Ich habe damit nichts zu tun. Das glaubt dir aber bald keiner mehr. So clever, für wie du dich hältst, bist du noch lange nicht. Beim Verkauf der Sachen hast du dir einen entscheidenden Fehler gemacht. Den Quatsch, den habe ich mir nicht länger an. Ähm, bevor ich es vergesse, soll ich Thomas Krause irgendwas von dir ausrichten? Ich treffe ihn nämlich nachher. Ich sehe schon. Der Name ist ungefähr so angenehm für dich, wie die Aussicht auf Knast warst. Ich an deiner Stelle werde meine Schulden bei ihm schleunigst bezahlen. Ach, Herr Roloff. Gut, dass Sie noch da sind. Ah, Herr von Anstetten. Was kann ich für Sie tun? Ich war vorhin etwas ungehalten. Ich bitte Sie. Bei dem Ärger ist das doch kein Wunder. Kommen Sie. Lassen Sie uns was trinken. Ah, mal gern. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke, Angela. Ach, schön, dass du gekommen bist. Ich hätte dich spätestens heute Abend auch angerufen. Entschuldige bitte, dass ich vorhin Peter erwähnt habe. Dabei weißt du ganz genau, was ich von meinem Vater halte. Du hast nur so getan, als wäre Rache ein Fremdwort für dich. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich dachte, wenn ich dich an Peter erinnere, verstehst du vielleicht, warum ich mich so auf der Party verhalten habe. Ja, ich wollte meinen Vater auch für alles bezahlen lassen. Aber du, du hättest nicht so eine Show abziehen müssen. Tut mir ja auch leid. Aber als ich das über Caroline erfahren habe, dachte ich, das wäre endlich die Gelegenheit. Na, eins ist sicher. Die Anstettens werden diese Feier so schnell nicht vergessen. Woher weißt du das überhaupt mit Caroline? Ich war zur richtigen Zeit. Im richtigen Ort. Ich bin zwar nicht immer deiner Meinung, aber langweilig wird es mit dir nie. Henning! Sorry, ich habe geklopft, aber... Was ist denn? Isabel, ich muss dich was fragen. Ja? Clarissa hat behauptet... Diese Frau behauptet auch immer Sachen ohne Ende. Du wüsstest irgendwie über Carolines angeblichen Seitensprung Bescheid. Glaubst du jetzt doch? Nein. Nein, ich frage mich nur, warum sie dich in die Sache mit reinziehen will. Das kann ich mir auch nicht erklären. Und ein Reporter meinte, du wärst vor ihm davongelaufen. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Verstehe mich nicht falsch, aber... mit so einer Reaktion heizt du die Gerüchteküche nur noch mehr an. Was hätte ich denn machen sollen? Cool bleiben. Na, wenn es so einfach wäre. Ja. Aha. Fällt es dir so schwer? Ja! Entschuldige, Henning. Ich habe jetzt eine Verabredung. Isabel! 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 Es tut mir so leid, Henning. Aber wir müssen die kirchliche Trauung absagen. Ich kann dich nicht heiraten. Henning. Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Es gab und gibt keinen anderen Mann. Stimmt so. Cool. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Wie lange dauert dein Termin? Höchstens zwei Stunden. Dann sollten wir uns überlegen, was dir mit dem Tag noch anfangen. Bisher war er sehr erfolgreich. Und anderswochs daten Sie bitte noch, ja? Ja, gut. Bis morgen. Ach, ist das Fest auf Friedenau schon vorbei? Ja, du. Hast dein Ziel erreicht und allen die Stimmung verdorben. Gratuliere. Ich habe es nur gut gemeint. Charlie, warum denkst du so schlecht über mich? Die Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Klar, Rissa. Wollen wir? Gern. Ich habe besseres zu tun, als mich mit frustrierten Blondinen zu unterhalten. Entschuldigen Sie, manchmal ist meine Mandantin etwas ungestüm. Sie werden auch noch ihre Erfahrungen mit dir machen. Vielen Dank für den Hinweis. Schönen Tag noch. Dir lässt ja wirklich keine Gelegenheit aus. Die Bosheit in Person. Und obwohl ich seit Jahren daran gewöhnt bin, ich reg mich immer wieder auf. Oh Gott, was hältst du von einem Sekt auf Eis? Gute Idee. Angelo? Frau Schneider? Zweimal Sekt auf Eis, bitte. Kommt sofort. Na, dass sich dieser sympathische junge Anwalt mit Clarissa einlässt. Wie der Vater, so der Sohn. Die machen gern die gleichen Fehler. Das muss wohl an den Genen liegen. Ach, mit seinem Vater hatte Clarissa auch mal ein Verhältnis. Das wusste ich gar nicht. Also jetzt sag bloß, dass du nicht weißt, dass Max Jansen Peters Sohn ist. Peters Sohn? Das ist nicht dein Ernst. Ja, doch. Es tut mir leid, dass ich nicht so ganz bei der Sache war. Aber nach so einem Tag. Ich bitte Sie. Nach diesem Auftritt Ihrer Ex-Frau? Ich frage mich nur, wie sie darauf kommt, seinen Blödsinn zu verbreiten. Jetzt, wo Henning und Caroline wieder so glücklich miteinander sind. Clarissa hatte schon immer sehr viel Freude daran, das Glück andere zu zerstören. Aber bei Henning und Caroline wird es nicht fruchten. Schon gar nicht mit solchen Lügen. Kommen Sie doch immer wieder zum Dinner. Immer gern, Herr Graf. Wiedersehen. Wiedersehen. Gute Fahrt. Henning. Caroline, setz dich mal bitte hin. Was ist denn? Setz dich. Gut. Ich, äh... Ich habe gerade mit Isabelle über Clarissas Behauptung geredet. Und sie hat sehr seltsam reagiert. Ich frage mich, warum. Vielleicht ist sie durcheinander. Nein. Das ist es nicht. Was ist es dann? Wenn nichts dran wäre an Clarissas Behauptung, dann könnte Isabelle doch ganz locker mit mir darüber reden, oder nicht? Ja. Versteh mich nicht falsch. Ich will dir nichts unterstellen, aber... Aber kann es sein, dass es vielleicht doch jemanden gab? Hi, Simon. Ja, ich bin's. Ja. Sebastian ist mir scheinbar auf den Leim gegangen. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch, wie ich ihn kriegen kann. Ja, das... Nein. Das erzähle ich dir gleich in aller Ruhe. Ich bin... Schätzungsweise in einer halben Stunde bin ich bei dir. Okay? Ja, mach's gut. Ja, tschau. Verdammt. Verdammt. Okay? When I call out your name. Forbidden love. Go straight to your heart. In yourself. Losing control. Ich bin einiger der Zirngung. Untertitelung des ZDF, 2020